Die drei Spatzen von Christian Morgenstern In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu, und oben drüber, da schneit es, uh, uh, uh. Sie rücken zusammen, dicht an dicht, so warm wie der Hans hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihrer Herzlein geboch, und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.